Eine Teamsportart, wo sowohl Frauen als auch Männer in einem Team mitspielen, ist eine sehr gute Möglichkeit, an qualitativ hochwertige Frauen zu kommen. Du kannst ihnen nämlich beim Sport deine Veranlagung zeigen. Die meisten Männer suchen immer am falschen Ort. Und suchen ist auch der falsche Begriff, denn ein ernstzunehmender Mann geht niemals mit dem einzigen Zweck aus dem Haus, um Frauen kennenlernen zu wollen. Frauen sind ein sekundäres oder sogar ein tertiäres Ziel. Sie suchen an Orten, wo viele Frauen vorhanden sind, die aber gleichzeitig auch übersät sind mit roten Flaggen. Die meisten Frauen gehen in Nachtclubs und sind auf Social Media unterwegs, um Validierung zu bekommen. Sie wollen den Ego-Boost. Das sind sehr unsichere Menschen. Sie müssen immer zu gelobt werden. Ihr müsst lernen, im Alltag wieder Frauen im realen Leben anzusprechen und auch richtig mit ihnen zu kommunizieren. Wenn du selbstbewusst mit einer Scheiß-Egal-Haltung auf eine Frau zugehst und eine Konversation beginnst und sie nicht sofort auf ein Podest hebst, dann verbessern sich deine Chancen auch enorm. Meistens beachte ich eine Frau nur, wenn ich Interessenssignale kriege und warm approche sie dann. Also fangen wir mal an. Sport und Fitnessstudios Zum Thema Fitnessstudio habe ich ja schon ein Video gemacht und auch erwähnt, dass auch hier viele Frauen auf der Suche nach männlicher Aufmerksamkeit sind. Deshalb solltest du darauf achten, was sie anhat, wie sie sich präsentiert. Denn nicht jede Frau ist auf Validierung aus im Fitnessstudio. Jeder ernstzunehmende Sportler, egal ob Mann oder Frau, macht auch ein wenig Krafttraining, um die Muskulaturen zu stärken, die bei der primären Sportart eher weniger oder nur einseitig beansprucht werden. Sonst verletzt du dich immer vermehrt. Das wissen Sportler. Wer Wert auf sich selbst legt, der wird auch auf irgendeine Art und Weise Sport treiben. Sport hat so viele Vorteile, man kann ein ganzes Buch drüber schreiben oder eine Reihe von Büchern. Der Stoffwechsel bei jedem Menschen lässt mit zunehmendem Alter nach. Und jeder Mensch kann dem Ganzen mit Sport entgegenwirken. Ihr müsst euch wirklich immer fragen, was ihr gerne in eine Frau seht. Interessiert keinen, was ich will? Doch, mich interessiert was ich will. Klappe, gehen Sie raus. Jeder Mann muss lernen, seine eigenen Standards zu setzen und das hier im Video, das sind meine Standards. Egal ob für kurzfristigen Spaß oder für Langzeitbeziehungen. Wenn sie nicht fit ist, keine Chance. Wenn du auf eine hübsche Frau triffst, die einfach genetisch bedingt toll aussieht und noch hübsch ist, dann musst du sie auch richtig erziehen. Du musst ihr vermitteln, wie wichtig dir Sport ist und wie sehr du darauf achtest. Und ich betone nochmal das Wort vermitteln. Die beste Art und Weise Frauen zu erziehen ist nämlich, indem du selbst danach lebst. Sie wird mit der Zeit sehen, was du gerne machst und worauf du Wert legst. Unter anderem auch, weil du gerne darüber sprichst. Du willst dich nur mit hochwertigen Frauen abgeben, die kooperativ sind und sich dir unterordnen. Frauen, die versuchen ein Teil deines Lebens zu sein. Alles andere ist fehlkonditioniert und fehlgeleitet und davon gibt es viele Frauen, ja. Aber dennoch musst du lernen, Standards zu setzen. Mein Kanal heißt nämlich Alpha-Mentalität und nicht Beta-Mentalität. Also wenn du die Erwartungshaltung einnimmst. Was sagst du denn da? Da habe ich doch, ich habe doch sowieso auch schon wenige Optionen. Das kann ich doch nicht machen. Sie wird mich doch verlassen. Ich für meinen Teil mache sehr viel. Ich habe mein halbes Leben lang Thai-Boxen gemacht. Ich powerlifte neuerdings auch und spiele auch gerne Beachvolleyball seit einigen Jahren. Eine Teamsportart, wo sowohl Frauen als auch Männer in einem Team mitspielen, ist eine sehr gute Möglichkeit, an qualitativ hochwertige Frauen zu kommen. Du kannst ihnen nämlich beim Sport deine Veranlagung zeigen. Ihre Urinstinkte treiben sie dazu, sich den besten Jäger zu suchen. Sie wird dich live dabei beobachten, wie hoch du springen kannst, wie schnell du rennen kannst, was für Reflexe du hast, wie hoch deine Ausdauer ist und wie stark du bist, wie du dich bewegst, wie deine Instinkte dich steuern und noch besser, sie wird sehen, wie du mit deinen Teamkollegen interagierst. Soziale Bestätigung Primär hast du dich natürlich auf deine Sportart zu fokussieren. Auf eine Sportart, die dir Spaß macht und indirekt wirst du auch Kontakte mit Frauen knüpfen. Frauen, die ich beim Sport kennengelernt habe, sind mir wirklich immer die Liebsten, besonders welche, die auch noch sehr viel Wert auf Ernährung legen. Und das führt uns zu Punkt 2. Bessere Supermärkte Ich rede von Supermärkten wie Rewe, die eine große Obst- und Gemüseabteilung haben, oder Bioläden. Frauen, die an solchen Orten einkaufen gehen, sind bereit, ein wenig mehr Geld auszugeben, um den Körper mit besserem Treibstoff zu versorgen. Sie legen Wert darauf, was sie zu sich nehmen. Sie pflegen ihre biologische Maschine. Selten wirst du hier irgendeine Bockwurst treffen, die nach Body-Positivity-Prinzipien lebt. Jedenfalls nicht in der Obst- und Gemüseabteilung. Meistens sind diese Frauen top in Form. Und Frauen haben auch immer ihre Augen offen. Oh mein Gott, er hat kein Ehring an und legt auch Wert auf gute Zutaten, so wie ich. Und schon wird sie sich in deinen Orbit begeben. Mal abgesehen davon, dass ich sehr auf meine Ernährung achte, habe ich auch Phasen, wo ich in Intervallen mal faste. Und ich mache auch alle 6 Monate mal Langzeitfasten, wo ich für 72 Stunden absolut nichts esse. Wir leben schon seit Jahrzehnten in einer Überflussgesellschaft. Die meisten Menschen brauchen keine 30 Minuten zum Supermarkt und können sich alle denkmöglichen Zutaten herholen. Deshalb ist es wichtig, den Körper regelmäßig mal zu zwingen, in Ketose zu gehen. Früher, als es noch keine Supermärkte gab, mussten die Menschen zwangsweise auch mal fasten. Insbesondere im Winter, wenn das Essen knapp wurde. Aber heutzutage muss man sich, wie gesagt, auch mal zwingen. Viele Frauen sehen in jungen Jahren noch ziemlich gut aus, nehmen aber nur schlechtes Zeug zu sich. Viele können noch nicht einmal kochen und schmeißen nur tiefgefrorenes Fertigessen in den Ofen oder ernähren sich von Fast Food. Mir ist auch schon schlecht, ja. Mit sowas hänge ich mit meinen 31 Jahren nicht mehr ab. Seht ihr, worauf das hinausläuft? Ich erwähne in diesem Video nicht ohne Grund sehr viel über Körper und Ernährung und sowas, weil das alles sehr wichtig für mich ist. Ihr müsst euch nämlich immer fragen, was ihr gerne in einer Frau sehen wollt. Und ihr selbst lebt ja auch nach diesen Prinzipien. Übrigens ist auch die Gegend, in der du lebst, sehr wichtig. Mir ist bewusst, dass viele das nicht gerne hören, aber Fakten sind nun mal Fakten. Wenn du in einer ärmeren Gegend wohnst, dann ist die Qualität der Frauen meistens auch nicht sehr hoch. Qualitativ hochwertige Frauen sind in der Mittelschicht oder in reicheren Gegenden zahlreicher vorhanden. Mein dritter Lieblingsort ist die Bibliothek. Unzählige Frauen habe ich während der Studienzeit in Bibliotheken kennengelernt und auch Stadtbibliotheken sind geeignet. Du wirst auf Frauen treffen, die auch Ziele im Leben verfolgen und nicht sinnlos herumgurken. Auch Frauen, die in Bibliotheken sitzen, sehen sich gerne um und ein ernstzunehmender Mann fällt immer auf. Boah, der Typ ist jeden Tag voll fokussiert am Machen. Der hat eine Mission. Und dann setzt sie sich irgendwo in deine Nähe und wirft mit Interessenssignalen um sich. Sie begibt sich in deinen Orbit und signalisiert, Hier bin ich, hier bin ich. Spricht mich an. Das Beste an Frauen in der Bibliothek ist, sie sind in der Lage, sich in der Ruhezone mal hinzusetzen und still zu sein. Die findest du eher selten in Nachtclubs oder auf Social Media. Tut niemals irgendwas, worauf ihr eigentlich gar keine Lust habt. Denn eine Frau darf niemals die oberste Priorität sein. Hey! 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 Hey!